Willkommen zurück bei einer neuen Runde TTT. Mit an Bord ist der Raid. Hallöchen. Der Snay. Juhu. Der Ingleit. Ey, nicht auf mich schießen, ich mach grad ne Ansage. Der Reaper. Na Woka. Hey ho. Flori. Der nebenbei auch streamt und der Cyrax und der Cyberbot. Hallöchen. Und ich bin der Data. Ja, und irgendwann hat grad auf mich geschossen. So. Mach ich kaputt. War schon great. Ich glaube, ich muss meine Leute auch nicht ganz so ausstellen, weil ich hab eh keinen Zuschauer. Ich schieß nur Fässer. Was? Disco? Ihr könnt vielleicht Google oder sowas einladen. Vielleicht guckt ihr ja zu. Oder Hase. Ich will ganz kurz erwähnen, dass ich so 110 maximal so ein Ping hab. Das geht. Achso, ich hab immer meine Ansage vergessen. Ich bin, ich bin Innocent. Ahhhh. Toll. Das war Cyrax. Das war Cyrax. Disco wahrscheinlich. Der in die Disco gebrochen. Ne, ich hab nichts gemacht. Hör auf. Reaper ist gut. Was? Reaper, stehst du in der Smoke? Ey, Reaper ist noch da. Der redet nicht mehr. Kann man den jetzt töten? Der steht unter der Brücke und jetzt haut er ab vor mir. Kann man den jetzt töten, ey? Ja, der muss einer Däte sein. Dann darfst du ganz nach... Flüge ist voll schießmütig heute, echt. Ich glaub, ich knall den gleich übernommen. Ja, der beschuldigt jeden. Ja, aber wenn er nicht redet... Der hat nicht geredet, man. Der tut, als wenn er tot ist und dann redet er nicht. Au! 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 Was war das? Ah! Ah, Digga. Der hat Molly geschwissen von... Wo kam der Molly, Leute? Kam der von unten? Kann der von unten? Oh, glaub ich. Weiß ich nicht. Snail, hau ab. Ey, ich wurde eingeklutzt. Hau ab! Hab Snail gekillt. Das war er. Warum? Weil er nicht abhauen wollte. Er ist auf mich zugelaufen mit der Waffe. Eingehiftet? Hallo! Weil ich von Molly getroffen wurde. Achso. Ach, Cyrex. Irgendwelche Vorschläge, wer dritte ist? Du hast Snail getötet. Cyrex, wer dritte hat mal geschossen. Ich glaub, Inge hat das Traitor. Oh, der hat da Geldwerfen in der Hand. Dann ist das nicht. Warum nicht? Ich weiß nicht. Du hattest eben nichts in der Hand, glaub ich. Du hast dann so gerade ausgelaufen. Oh! Da ist uns knallzter. Headcrap Launcher. Wow, der ging... Der ging voll ins Haus. Der ging auf mich. Oh, da ist einer tot. Da ist einer tot. Ja, Moment. Und Inge hat war Traitor. Okay. Inge hat, wo ist denn da gestorben? Warte... Unten am Haus. Ich bring die Leiche mal weg. Ja, tu das mal. Irgendwo ins Wasser. Ja. Im Wasser teleportiert sich das doch immer hoch. Und wenn er lebt... Und wenn er lebt, äh... In der Woca, dann bist du es. Oh. Oh, wer ist das hier? Ich bin's. Okay. Hast du gesehen, wo ich ihn hingebracht hab? Ja, hab ich. Und hab da jetzt nicht mehr... Hingehen. Ansonsten... Ansonsten bist du wahrscheinlich Traitor. Da liegt noch ein Toter. Wow! Vom Turm irgendwie gesnipert. Bin ich jetzt die Letzte? Nein... Nöööööööööööööööööööö Oh Mann, bist du noch im Turm? Traitor? Eigentlich würde ich ja auf der Leiche von dem anderen Traitor campen, aber ich hoffe einfach mal, dass du nicht weißt, wo er ist. Ach Mann, wo bist du denn? Rede doch mit mir. Ja, wo bist du denn? Wo hockst du mal in der Woca? Ich guck nirgends, ich lauf hier fleißig rum. Ja, ja, ja. Ich suche nach dir. Ich suche nach dir. Oh, ich hab dich gesehen. Wo bist du? Warte, dann kann ich mich ja nicht anpirschen, wenn du es weißt. Jetzt dürftest du dich sehen. Manno. 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 Das hab ich gesagt. Oh, mein Pinkelkarten über 150. Nein. Komisch. Rade, ich hätt dich doch am Leben gelassen, aber du hast gelacht, deswegen hast du mich irgendwie so sauer gemacht. Wie soll ich gelachen? Du hast einfach gelacht. Jetzt geht's mein Pin hoch. Ich hab nicht gelacht. Du hast gelacht. Ich lache nicht. Du hast jemand anderes lachen hören. Egal. Das warst du, sonst hätte ich jetzt nicht getötet. Ich lache doch nicht. Das ist ja so. Du wirst aber auch wieder nicht gelacht, dieser Mann. Das kann natürlich sein. Ich hätte einfach schon, weil das war Raid, wisst ihr. Und wir beatern dann die drei Minuten. Der extra kommt, wenn es auch läuft. Oh Gott. Das gibt auf jeden Fall einen schönen Drachen, ey. Das hat wehgetan. Was war das? Komm, geh diese Schei... Warum kann ich nicht dieses Scheißleiter hoch? Mal ganz ehrlich. Schaut mir diese Situation an. Ich komm einfach nicht drüber. Jetzt bin ich schon wieder runtergefallen. So. Jetzt aber. Ach, ich hasse Leitern. Wer nicht. Hast die nicht. Und gibt's ja nicht noch andere, andere Granaten aus den Smokes? Lass mal. Plasma, Disco. Ja toll. Wunden sie. 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 Ich bin ja auch nicht immer verleicht. Wo? Wer hat denn hier wieder die Disco auf den Turm geworfen? Wer wollt mich denn da killen? Was war das denn? Ich bin doch fast gestorben. Zyrex? Ich hab noch den Fenster geschossen, ich hab noch den Fenster geschossen, ich hab noch den Fenster geschossen. Ich falle, ich falle! Komm raus hier, komm raus, nein! Wow! Oh Gott! Oh nein, oh nein, weg da, weg da, weg da, weg da, weg da! Was? Vielleicht guckt er auf uns. Ja, die guckt genau auf uns, genau auf uns! Wow! Raid ist es, Raid ist es. Wieso bin ich? Raid ist es, er hat uns angeguckt, bevor die losflogen, er hat uns genau angeguckt. Kao ist Raid. Kao ist Raid. Kao ist Raid. Halber Wart, auf wen schießt du? Auf die Headcrabs. Soll ich wirklich Raid abschießen? Er hat uns angeguckt, fuck Navoka. Ich bin Innocent. Ich hab nichts gesehen. Also Raid sagt ihr, ja? Also Raid sagt ihr, ja? Wenn du mich killst, killst und Innocent. Er hätte Zyrex nichts gesehen. Flori, 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 Flori. Raid ist es, Raid ist es, ja, ja. Ich dachte, Raid kommt runter. Ja warum, ich bin doch nicht Traitor. Du hast uns angeguckt, dann kam die los. Ja, ich hab euch angeguckt. Deswegen bin ich automatisch Traitor, oder was? Ja, wieso nicht? Ich guck euch an. Wenn ich euch anguck, dann bin ich automatisch Traitor. Du hattest ein Pistol in der Hand. Du hattest ein Pistol in der Hand. Und den Pistol bedeutet, HeadCrap. Lass dir einen Stein, Geruch. Ne, man kann ja auch keine Pistel in der Hand haben, ne? Du mal, der 7. Die 7? Was ist passiert dann? Drück der 7! Was war das? Dingens hat ihn abgeknallt, hat Tyrex abgeknallt. Raid! Raid! Oh, Entschuldigung. Puh. Mist, ey, er ist entkommen. Er ist entkommen. Wo ist er, ey? Da ist Flory. Passt auf, er ist durch den Tunnel gegangen. Wer ist denn jetzt Traitor? Der Traitor ist durch den Tunnel gegangen. Da ist Engyard. Ja, da kann er überall rauskommen, die Dinger sind ja verknüpft. Oh, Basbeben. Wow! Okay, das Ding ging auf den Dete. Da oben auf dem Turm, wer ist da auf dem Turm, wer ist da auf dem Turm? Raid, Raid schießt runter! Ich bin kein Traitor! Raid, Raid, der hat doch ganz geschossen! Also, ich... Raid ist es, oben auf dem Turm. Cyrex liegt hier auf. Bist du sicher? Ja! Ihr könnt Raid töten. Ich glaube, ich habe ihn gerade erwischt, wenn wir... Ich glaube, ich habe ihn gerade erwischt, wenn wir... Hier liegen Evoker tot im Turm. Alle tot im Turm. Guck mal, ob Raid auch tot im Turm. Guck mal, ob Raid auch tot im Turm. Ich habe da gerade... Rick, bist du... Gehst du gerade die Treppe rauf? Ja. Ja, ich bin hinter dir. Hier liegt Raid tot. Traitor, hab ihn. Yay, ich habe ihn gekillt! Wuhu! Macht mal Call Detective. Warte. So, was heißt das für mich? Ich habe gerade einen Traitor gekillt. Äh, äh, innocent. Alles klar. Ja, bitte. Hat ein Headshot kassiert. Ja, das war ein perfekter Headshot nämlich. Ich stimme aus dem Jenseits sagt, jawohl, das war er. So, wer lebt denn jetzt auch? Injalt, Snail. Äh, Snail, was machst du? Flori war mit... Also, der Dieter hat Injalt im Verdacht. Weil der gerade da unten alleine war, als der Busbeam auf mich abgefeuert wurde. Okay. Ich muss nur was sagen. Ich muss nur sagen... Ich kann, kann irgendwer bestätigen, ob Injalt verletzt war? Weil jetzt ist er auf jeden Fall wieder regeneriert. Der war full life. Der war full life. Ja. Okay. Gut. Na, schade. Na, schade. Und hat einen Traitor gekillt. Flori und ich sind hoch, um zu gucken. Ja. Dann wären nur noch Injalt und der Snail. Wo ist der Snail eigentlich? Äh, hinter dir. Der ist da oben ab. Was war das? Flori wie? Ja, Snail. Geht das hier im Turm so ab, oder? Nein. Der Snail, der Snail. Nein. Hab ihn. Nein. Sehr gut. Schade. Schade, schade. Aber sehr schöner Schuss, Cyberbot. Sehr schöner Schuss. Ja, da war nicht schlecht. Ich dachte im ersten Moment, ich hab dich jetzt voll erwöhnt, aber... Also, ganz ehrlich, ich glaube, ich muss den Meryl's Fate doch einführen. Was ist das? Äh, das? Ganz simpel. Killst nen Dete, stirbst 10 Sekunden später. Du musst mal ganz kurz... Na. Was? Der war schuldig. Bist in der Schussbahn gelaufen. Oh. Man hört mich gar nicht. Aber der war schön. Natürlich hört man nicht. Nein, im Stream hört man nicht. Achso. Mich nicht. Das könnte ein Problem darstellen. Inwiefern, dass ich immer wieder Exen halten kann? Ja, warum... Warum... Hallo? 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 Hi. Hallo, Florian. Sperre. Was? Ne, es gab Momente, da hättest du mich wiederbeleben können. Ja, ich hatte leider keine Punkte mehr. Es gab Momente? Achso. Ich wollte schon ne Bombe legen, dann hatte ich keine Zeit mehr ne Bombe mitzulegen. Es gab Momente, wo ich früher wieder sehr schön Headshot gegeben habe. Dann hab ich guckt, ob du einen Punkt hast, aber es hat das noch keiner. Ja, ja gut. Cyberbot, 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 ich will aber nicht. Jetzt stammen wir alle. Cyberbot, freu dich. Ich hab die letzte Aufnahme mit zwei Headshots verpasst. Ja... Mit der Diegel. Na halt mit dem Pferd. Nn, ein. Mit der anderen, das war auch schon, sogar mit das Neid machen. Oh, ich hab' ich verschluckt, herrlich. Achterschönsgefühl, ne? Ich glaub' ich hab' die Täter einfach so runter mit dem Ziegelstein. Ja, das ist grad sehr verdächtig. Wow! Das ist grad sehr verdächtig. Das war... Das war... Das war... Wer schmeißt die Ziegelsteine rum? Ey! Au! Oder, Leute? Was denn? Ja, wir kommen schon raus. Der Dringer hat keine Möglichkeit, dass er noch funktioniert, oder? Ne, der ist noch raus, oder nicht? Ne, der ist noch drin, aber er funktioniert nicht richtig. Achso, ne, das haben wir im Vorfeld geklärt. Der ist defekt. Ja, danke. Na gut, dann kaufe ich ihn mir jetzt nicht, dann kaufe ich ihn mir jetzt nicht. Du musst einmal ganz kurz den neustarten. Das könnte jetzt aber auch Umkehrpsychologie sein, ne? Also, das ist jetzt schwierig. Das ist schwierig, ja. Na, aber woran verfolgt du? Wer ist denn, Dete? Weil du nett zu mir warst. Ah, toll. Wer ist, Dete? Wenn ich... Da ist noch einer von oben gefallen. Da ist gerade einer vom Turm gefallen. Ach, Ingaard hat ihn runtergeschmissen. Nein, ich habe ihn gefunden. Und einer ist runtergefallen. Perfekte Tarnum. Ja, ich bin gerade ihn hier hochgekommen und habe ihn hier gefunden. Headcrap! 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 Voll in den Turm. Geil, 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 geil. Voll in den Turm. Cyrex. Wo macht dich schon die ganze Zeit durch mit Siegelstein in die Fresse geschossen? Genau du! Genau du! Genau du! Genau du! Oh, hier liegt der Degel, geil. Oh, hier wird gesnipert. Das war ich. Oh! Äh... What the fuck was denn? Cyberpart! Was geht denn ab bei euch? Nein, nein, das stirb ich auch verdammt. Oh, nö! Oh, Mann! Hab... Ich hab ihn! Ich hab einen Traitor! Ach geil! Ich hab sogar noch einen... Äh, hier... Ich hab noch... Dings da. Wie heißt das schon? Wasbeam wurde gerade auf mich gezielt? Jaja, das ist meiner. Ich hab Cyrex gekillt. Ich hab Cyrex gekillt. Er war Traitor. Okay. Wo bist du? Wo bist du? Ich geb dir den Wasbeam. Mach Call Data einfach. Wo bist du denn? Bei seiner Leiche... Freak. Was denn? Wir können doch reden. Genau, komm mal. Weil ich hab keine Ahnung wo du bist. Das ist das Problem so ein bisschen. Freak. Was denn? Hab ich ihn jetzt umsonst gekillt und du bist der eigentliche Traitor? Nee, hä? Du hast doch, äh... Ihn gerade confirmed oder nicht? Ja, 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 ja. Nein, nein. Aber... Weil ich dachte er hat den... Also den... Geschossen. Nein, ich bin Inno. Du bist Inno? Ja, dann komm hervor. Ich schieß doch nicht auf dich. Besser? Besser? Ach, verdammt. Ja! Hat bei mir... Hat bei mir miesen geleckt wegen dem Buzzcream. Oh, ich hab noch ein Miesenleck. Weil ich dachte, dass du die Headcrap geschossen hast. Du standest da hinten in so eine Ecke und von dort wurde auch der Headcrap geschossen. Und außerdem habe ich da den Buzzbeam, glaube ich, gesehen gehabt, einen kurzen Moment. Aber da war ich nicht ganz sicher und da hab ich mir gedacht, von dort kam die Headcrap. Es war eventuell ein Buzzbeam. Er schieß ich ihn einfach. Ich höre jetzt den ganzen Sound von dem Fisch. Ich weiß gar nicht, was das ist. Oh, Svein! Dein armes Karma. Aber wie geil das aussah mit dem Stein. Ah, nun bin ich der Plasma. Ich bin einfach geflogen. Mit dem Plasma noch an deinen Kopf war, lieber. Die hinterher geflogen ist. Ja, du hast mich aber nun gebraucht. Das war sehr nice. Und ich laufe dann auch runter. War keine Absicht. Dann will ich ihm deine Leiche gefressen. Ja, ja. Weil ich, ähm... Guck mal, was du jetzt bist. Und weil runter wird ein bisschen gefressen. Herrlich. An dieser Stelle aber übrigens mal Dank für den Buzzbeam, äh, Cyrax. Ohne den hätte ich jetzt nicht gekillt. Ja. Lack. Kalkulatet. Ja, vorsichtig. Wenn ihr die letzten beiden seid, bitte den Buzzbeam nicht einsetzt. Ja, oh nein, ich bin Detective. Aber, aber bei ihm hat's gedeckt und bei mir nicht. Ja, das ist doch fair. Ja, aber diesmal gleich. Versuchen wir nicht, ähm, dass du wieder den Stein reinläutzt. Das ist ja eigentlich nicht so ne geile Idee. Ich denke auch, dass lassen wir das machen. Er ist verdächtig. So eine prickelnde Idee, wenn der Leute dran sterben. Ne, ich bin Detective. Aber ich schiebe es wieder den Stein rum. Also alle, die sterben wollen, müssen wir zu mir kommen. Ich darf das. Jo, wir sind geschossen. Wird geschossen. Glaubst, Cyrax hat geschossen. Ey. Okay, okay. Er hat irgendeine Granate... Ey. Ey. Ey, du hast meine Steine nicht gerade mit Neubeschmissen, oder? Wopo! Nein, weil ich hab'n größeren. Achtung, Data! Äh, Freak. Was ist los, Raid? Achtung, Data. Verfolgst du mich? Ich dachte, wir machen so'n Team wie bei Bad Wars. Nein. Let's go! Hör auf! So, lieber Diäte, darf ich bitte Freak abschließt, der verfolgt mich. Ja, ich möchte gerne bei dir sein. Ich auch nicht bei dir. Ich hab' da noch mal so'n Stein in die Brücke gehauen, da wär' ja von der Tür die noch ausgeblieben jemanden. Ey, Rika, was hast du da in der Hand? Wow! Hast du grad'n Smoke gelegt und versteckst dich jetzt da drin? Ja, Rika, du hast grad'n auf mich geschossen! Nein, auf Stein! Ja toll, Alter! Ah, verdammt! Ah, verdammt! Der Stein ist ganz böse gefährlich. Raid, man sieht dich in dem Raum, ne? Ach, komm! Hier wird'n Lötter stecken! Wer ballert denn hier? Zwei Lötter schießt auf Stein! Alter, jetzt komm schon! Wow, das war aber... Freak schießt auf? Nächster war gerade ne Sword auf. Freak! Er schießt auf den Boden, Mann! Ich vertrau' dir nicht, Mann! Er läuft Raid hinterher und schießt auf den Boden, okay? Ja, alles gut! Dete, darf ich ihn bitte killen? Äh, nein. Au, 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 au! Aua! Incy! Wer hat die Incy geworfen? Äh, Ingjeld ist da... Nee, Raid ist da drüben! Raid ist da drüben, bitte! Er ist weg, er ist weg! Raid hat die Incy geworfen! Nein, aber ich war nicht, Alter, nein! Du warst ja eigentlich, der hier drüben ist! Au, au, au! Du bist der Einzige! Oh, hier stand auch noch welche unten! Und da waren noch welche Ranks! Ingjeld ist auch fast tot! Was passiert? Ja, ich bin hier von dir die Klippe runtergelegt! Nur mal so, ne? Nur mal so! Lieber guter Dete, ne? Freak verfolgt mich die ganze Zeit und dann kommt auf einmal eine Incy geflogen und er verfolgt mich plötzlich nicht mehr! Hä, dir bin ich doch selber erwischt! Ja, 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 ja! Weil ich vom Feuer aufgehauen bin, konnte ich dir nicht mehr folgen! Ja, 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 ja! Wo ist denn Raid? Ich hab' ihn nicht vor! Ich hab' mich jetzt von dir versteckt! So wie siehst du auf uns, so! Mit dir lege ich mich nicht, Reaper! Und jetzt hier auf ihn? Du, Freak, vor dir hab' ich Angst! Syrax! Ach, Syrax! Nein, nein, nein! Du warst da drüben! Rüber schießt! Passiert nichts! Ich schieße! Syrax! Syrax! Nein! Hör doch was zu! Hallo, es geht doch um die Incy-Geschichte! Weil du warst auch auf der anderen Seite! Und du hast keinen Schaden! Die haben Respekt vor mir! Das ist alles! Was? Wo bist du? Wo bist du? So geht das nicht! So geht das nicht, ja! Leute, könnt ihr mir mal sagen, wo Raid ist? Nein, können sie nicht! Das ist Freak! Ich hab' mich versteckt! Warum ist Engel fast tot? Weil ich vorhin hier runtergeflogen bin, hab' ich doch nicht erzählt! Raid! Snail! Klippensprenger! Ey, jetzt, irgendjemand hat hier grad auf! Ich hab' auf Snail! Ich hab' auf Snail! Er wollte mich ja angreifen, ne? Nein! Okay! Ja, 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 ja! Aua! Hey, Snail! Sag was unter euch aus! Du wirst mich nicht wiederfinden! Aua! Raaay! Raaay! Du wirst mich nicht finden! Da hinten hat's hier einer mit der Schuhe rum! Syrax ist es! Wow, Mann, Alter! Ich schieß auf den Stein, Syrax ist es! Hey! Ich hab' nicht was! Steine! Steine! Steine erschießen! Steine! Steine! Ja, Steine sind auch gut! Au! Steine sind immer gut! NaVoka renn Reaper hinterher! Okay! Das ist mir jetzt erst aufgefallen! Die Steinabteilung! Die Steinabteilung! Wow! Wut! Wut! Raid! Lebst du noch? Ja! NaVoka! NaVoka! Ey, NaVoka! Ich hab' gar nichts! Wenn Reaper jetzt tot war, war der letzte Name NaVoka, ne? Au! Er läuft hier noch mit mir rum! Er sagt aber nichts mehr! Er sagt nichts mehr! Er läuft aber noch rum! Sprich! Zu geil! Hier liegt überall Blut auf der ganzen Map! Was ist denn hier los? Keine Ahnung! Aber NaVoka läuft mir trotzdem noch hinterher! Aus Fass? Syrax? Ja, ja! Nein, danke! Ich weiß der nicht! Okay! Raid! Ach Mensch! Da liegt ein Quoter! Hier! Oh ne! Wo sitzt er mit mir? Neee! Hier liegt ne Leiche! Cyberbots ANSIBERบOT hat ne Leiche nicht identifiziert! Was? Was?! Warte, warte, warte! Was?! Warte Male, Pictet! Okay! Hier liegt der Snail, Cyberbot kam mir entgegen! Und hat die Leiche nicht identifiziert! Ich bin ltit dort vor ne Brücke! Ich hab den nur nicht gesehen! Dete darf jener schießen! Warte mal! Ich habe auch nicht mal jemanden gesehen! Du, da! Da liegt wer! Du bist da grad die Werkung gekommen! Mensch! Sag das um den Freak, weil ich niemanden getötet hab! Mach den ab! Oh verdammt, Alter! Von da kamst! Braid! Ja! Und das war... Wieso? Ja! Achso, wer war der jetzt Traitor? Ich! Ich! Braid! Du hattest doch mal abgedrückt! Ich hätt dich fast erschossen, Mann! Komm kusseln! Ich wollte die ganze Zeit aber auf die Gelegenheit gewartet! Warum ist der Leiche eigentlich bei mir runtergefällt ins Wasser und dann liegt es auf einmal wieder irgendwo? Alles was in Wasser schmeißt, kommt zurück! Toll! Sag, Robert, alles wenn er da in Wasser schmeißt, kommt zurück! Ach, jetzt liegt er auch wieder oben! Ja, alles was in Wasser reingeschmissen wird, kommt da wieder hin! Deswegen hat er doch auch die Traitor-Leiche nicht reingeworfen! Alles wird wieder zurück teleportiert! Auf den Arsch! Ey, mein Karma ist gestiegen! Ich hab volles Karma! Ich kann... Ich hab eine weiße Weste! Mein Karma ist auch gut! Meins ist auch nur taunt! Ich will die haben! Seid mal wie ein Traitor zu werden? War nur einmal! Ich glaube, ich kille Traitor! Ich kille Traitor! Einfach weil er sagt, du willst Traitor sein! Ach man! Was warum? Er wollte aber sagen, du willst Traitor sein! Ja, aber ich bin innocent! Du bist innocent! Du bist innocent Terrorist! Was derart Traitor so war! Und... Who can you trust? Flori? Das ist der Traitor-Taxx! Das ist der Traitor-Taxx! Tötet ihn! Ist er gar nicht! Dann stellt er einmal innocent Traitor! Das lese ich vorher nicht mehr! Wer ist das... Wer ist das... Wer ist das... Wer ist das Traitor-Kollege? Äh... Mein Traitor-Kollege ist... Äh... Saber-Bot! Jepa! Wo war's jetzt? Ähm... Ähm... Raid? Ja? Warum? Warum soll ich denn Traitor-Kollege sein? Warum nicht? Ey, 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 ey! Das wurde gerade auf Inge halt geschossen! Wer hat... Von wo? Was denn? Ich weiß nicht, das kam vom Haus hier! Ja, das war ich gerade, aber ich hab daneben geschossen! Ich hab mir meine Shoot-Gun nachgeladen! Ich hab nur die Schüsse gesehen! Doch, vader, ich kann wegschweben! Willst du gucken? Hallo, Flory! Da-da-da-da-da-da! Da-da-da-da! Wer hat ein Stein in die Fresse?! Jetpack oder was? Ja! Hier, wenn Cyrus tot ist, war's ein Jetpack! Cyberbot, das war knapp! Killt Cyberbot! Er ist mein Traitor-Kollege! Jawoll! Aha! Wo denn? Jawoll! Das ist auf jeden Fall schön sneaky! Kann ich hier durchschießen? Ja, man kann hier durchschießen, Leute. Das ist Buggy. Buggy? Buggy. Buggy, Buggy. Ich bin happy, ich hab ne gute Schroffländer. Ich bin happy. Ja, es war das Essen. Jam. Wissen des Snails? In der Healing Station? Du bist die ganze Zeit rumgestanden. Ich war kurz bei deinem Livestream und guck mal schüss. Ich war kurz bei deinem Livestream und guck mal schüss. Ich wollte nur sagen, dass du bei mir bist. Ja, stimmt sogar. Der Date ist auch tot. Der Date ist auch tot. Ey, Snake! Wo ist Snake? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der Snake? Ich seh ihn! Nein, siehst du nicht. Da hinten irgendwie? Ich hab ihn hier rüber gelaufen. Oh oh! Freak! Freak ist es! Was? Oh! Nicht mit mir! Oh Gott, Alter, was Aktion! Was ne Aktion! Ja, Snake! Wer hat wohl die Diegel in der Hand? Ja, du kratzt dich auch, Diegel! Ja, ne, ist klar! Ne! So schon weißt du nicht! Boah, Cyrix! Das war so geil mit dem Headcrap gerade! Das ist so schön angeboten da oben! Die Diegel! Oh man! Ich hab den höchsten Punkt! Ja, wunderbar! Sag es doch dem Traitor! Weißt du, ich guck da nur ganz glüsslich hoch, dann springt da runter, knallt mich ab! Während der Hund springt, hab ich seinen Kopf entfahren! Gott, ich hätt ihn locker abgefallen können! Wo bin ich jetzt gespawnt, Mann? Ich dachte selbst so, ich guck da unten, wer die geschossen hat, ich seh da einfach rüber hochgucken, mit der Diegel! Das hast du auch so einer Thron! Wie bei Raid! Wie bei Raid! Ja, ja! Ja, aber sagen wir nicht von da oben, Mann! Der Headcrap-Luncher ist eine Pistul! Ich weiß, Diegel und Pistole sag von da oben gleich aus! Diese Map ist überbelichtet, hallo, überbelichtete Map! Diegel, leuchtet! Sag den Dorn auf, tschöö! Nein! Was? Bei mir leuchtet Diegel nicht! Von mir auch nicht! Ich bin D-T-T-R-O-N! Du are an innocent Terrorist! Du are an innocent Traitor! Jesus klar! Ähm... Freak? Hm? Äh, hallo? Hey, hey, hey! Hau ab! Ja, ich... Was? Du's doch! Hau ab! Loll! Loll! Wieso bin ich zu hier unten? Raid! Äh, verdammt... Ich will ja nichts sagen. Wenn da jetzt jemand da hinten rein ist, wird der alle tot, ne? Nur... Nur mal so. Freak, hör auf, mich zu verfolgen. Nicht wieder mit den Steinen spielen! Ey! Ey, nicht! Was kann ins Auge gehen? Was kann ins Auge gehen, du? Wer schießt denn da? Ey, du? Raid, da laufen wir hin! Alter, da ist Blut! Ja, wer hat mich getroffen hat! Die ganzen Kikershaden, man! Ich glaube, Raid hat gerade auf Cyberbot geschaut. Nein, Raid rennt von mir weg! Nein, ich werde verfolgt von Freak! Hey, wer war das denn gerade? Hey, schau mal, das ist Einstein! Einstein! Nein, wir schmeißen das unter! Raid, ich geh jetzt! Hey, wer schießt denn da? Oh, um mich zu schießen! Okay! Der Snail schießt! Der Snail schießt oben vom Turm! Eingehalt, willst du einen Stein haben? Nein! Nimm deinen Stein jetzt! Ich bin schon steinreich! Alter, es wird mir zu heiß hier! Nein, wir schneiden! Mein Baby! Mein ein und alles! Ist dein Stein! Geht's euch gut, Babys? Hä? Wo? Da, 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 da! Hinten läuft er! Da sind die Traitor! Was? Da, hinter dir! Hinter dir ist der Traitor! Wo? Der ist da lang gelaufen! Hinterm Stein, hinterm Stein zurück! Auf, aufm Haus! Oh! Wer war's? Oh! Scheiße! Der Snail ist einfach runtergefallen! Ich war hinter ihm heimlich! Wer war das? Freak! Keine Leiche? Wo, 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 wo ist denn der Traitor? Irgendwer hat doch grad irgendeinen Traitor getötet angeblich! Ja, das ist ein Ding! Sambot hat ihn getötet, aber dann ist er gestorben an dem Ertyraut, die ich gehört hab! Ja, ich hab auch angehört! Also ein Traitor ist tot! Wer ist denn tot? Der Snail ist auch tot! Der Snail hat Snail getötet! Ich hab gar nichts! Hier ist dein Abbot! Hier ist dein Abbot! Da liegt doch ein Toter! Es ist kein Traitor tot! Doch! Ich hab ne Märtyra gehört! Definitiv! Ich auch! Hier liegt doch überall Blut! Ah! Ich hab die DNA von dem Detective genommen! Nawoka hat den Dete gekillt! Ah ja! Dann war das das! Irgendwer ist hier abgehauen! Das hab ich gesehen! Hat ein Detective gekillt und ist abgehauen! Aber wo liegt die denn? Wo ist Snail überhaupt jetzt tot? Snail ist tot! Hä? Wie ist die denn hier jetzt hingekommen? Na ja, ist ja auch egal! Warte mal! Jemand fehlt Cyberbot! Der steht hier auch bei uns! Ja! Achso! Mann! Jungs! Ja! Könnte sein! Also Raid hätte schon ein paar Mal auf mich schießen können! Das weiß ich! Ja! Weil du mich wieder verfolgt hast! Cyrax spielt blöde mit seinen Steinen rum! Deine! Ne! Ne! Und Cyberbot sucht so ein bisschen Nähe zu anderen Spielern! Geholen wir doch nur einen Stein! Will auch nur einen Stein! Will auch nur einen Stein! Hey Reaper! War gar nicht nur einen Stein zu kriegen! Düssel? Ja M4! Oder AR15! Ne ne ne! Das war eine AR15! Keine M4! Ist der denn ein Stein? Nein ein M4! Könnte Ray gewesen sein der geschossen hat? Nein Cyrax hab geschossen! Ich hab geschossen! Waren wir jetzt nur einen Stein! Waren wir jetzt nur einen Stein! Waren wir jetzt nur einen Stein! Ich vertrau dir nicht Raid! Dann lass es! Ich vertrau Cyberbot nicht! Geh woanders denn ich war zuerst hier! Ne ich war zuerst hier! Ne ich war zuerst hier! Da zieht du nämlich eine Deagle auf mich! Ne ich war zuerst hier! Das ist eine Goldm4! Dieagle du Nase! Ja dann schieß! Ja dann schieß! Ja dann schieß! Das ist zu einfach! Schieß auch auf mich! Schieß auch auf mich! Komm schieß auf mich! Reaper! Ne ne ne! Ja das ist zu einfach! Was ist denn das mit deiner Hand? Komm! Komm! Das ist jetzt ne normale Deagle! Ja komm denn die Golden Deagle! Du schieß doch nicht! Flori! Flori! Ja komm! Was? Was? Komm! Schieß! Schieß! Komm! Schieß! Gib mir! Reaper gib mir die Golden Deagle! Ich schieße! Schieß! Wo bist du denn runtergefallen? Ich hab mich mit dem Raketenwerfer weg. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich weiß, wenn er eine Golden Eagle hat und ich füge mich so an, dann ja. Ja, das war mir zu eindeutig. Bei Freak, der labert mir zu viel. Der labert mir zu viel Blödsinn zwischendurch. Wie, was, hä? Ja, wenn ich bei dir mit einer Golden Eagle vor dir stehe und du sagst, ja, schieß doch, schieß doch, schieß doch, glaub ich dir das erst, wenn ich wirklich gesehen hab, dass du jemanden gekillt hast. Naja, aber eben in der Runde hättest du mir glauben, Wer hat mir meine Sniper geklaut? Weil ich hab ja gepetzt, dass der DTR schossen wurde, wo der Traitor hingerannt ist. Gib mir, gib mir, gib mir, gib mir, meine Sniper. Gib mir, gib mir, meine Sniper. Nö, gib mir. Oh, Mann ey, ist das schlecht. Oh, das ist jetzt nicht die ganze Ausnahme, wie die scheiße Inno, ey. Räper ist das, Räper ist das, Räper ist das eindeutig, eindeutig Räper. Ja, der Räper. Ich spiel jetzt mit Yuge, weißt du was, weißt du was, Tyrex, ich spiel jetzt mit einer Yuge. Oh, Freak kommt direkt vor meine Füße. Hm. Gib mir die Sniper. Sehr gut. Gib mir die Sniper. Gib mir die Sniper. Aber Räper, gib mir die Sniper. Gib mir die Sniper. Nein, ich will deine Sniper, das ist meine Sniper. Gib mir diese Sniper. Ja, der wird die ganze Durcheinander gerettet. Ja, ist egal, sprich, ich will dich. Mein Spielzeug, geh weg. Das ist meine Sniper, die hab ich da, jede Runde. Jede Runde, von der ersten Runde an, hab ich mir dort diese Sniper geholt, das ist meine. Raid, das habe ich ja bekommen. Gott wollte es so. Nein, Gott wollte es nicht. Oh, Plasma! Oh nein, 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 nein! Ich hab grad gedacht, ich würde an einem hängen geblieben. Raid, nimm jetzt diese Sniper. ich will die von sein die jetzt ok los traiter massentot die pd-sniper zum ersten mal habe ich nicht den schlitten ja weil ich doch nicht mit denen auf einem haufen stehe wenn da etwas reinkommen das war ich jetzt nicht das war ich jetzt wirklich nicht das war eine explosion von einkaufen freak ich war nicht einkaufen das darf ich was da ich wollte ich wollte ich also ob wir die ganze zeit in der hand habe Nein! Steine! Nein! Steine! Oh, Steine! Wow, fucker! Wir können mal geschlagen! Das Ding ist sehr gefährlich und damit habe ich vorhin Na Voka gekillt. Ich glaube, Ingjold ist Traitor. Warum? Weil du die ganze Zeit sitzt und healst. Die ganze Zeit? Du bist ja gerade eben verwundet an mir vorbeigelaufen. Ich hätte die Chance ja auch benutzen können. Äh, hier! Wer, wer, wer? Irgendwer hat geschossen. Irgendwer hat auf Syrix geschossen. Dete! Irgendwer wollte gesnipert. Also, Flori hier neben mir. Herr Syrix hat doch gerade geschossen. Ich habe gerade noch zu sehen geschossen, aber ich will nicht schossen. Das war jetzt wirklich so. Ich war jetzt hier. Flori wurde gerade angesnipert hier neben mir. Wollt wechseln. Wenn ich ihn jetzt getötet habe, dann weiß ich, wie ich ihn getroffen habe. Wer ist denn da hinten noch? Flori! Ich glaube, Reepa ist es. Ihr wisst schon, dass wir Flori dabei haben, ne? Der hat es so, der Spezi, was sie alle angeht, ne? Oh, shit. Ist schon jemand tot? Ich bin innocent! Das braucht hier jetzt auch sofort jeder! Ja, 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 ja. Warum sollst du schießen? Du kannst ruhig nachkommen, ich bin innocent! Was soll das? Ey, Leute! Verdeckst du mich? Nein! Warum sollte ich das sein? Ist schon tot, irgendjemand? Irgendjemand schon tot! Nein! Reepa, hau ab! Hau ab! Oh, deine Freunde? Nein! Was war das grad für eine Granat? Ah, ja. Der Plasma! Na, wo? Ja! Was hast du vor? Und das auch nicht! Ja, zarrer Hex! Geh weg! Freak is hurt! Ja, die ganze Zeit schon, weil ich hier runtergefallen bin vorhin. Na Wooka kann das mal bestätigen. Ja, er ist direkt vor meine Füße gefallen. Hab' bedacht auf Starbott irgendwie. Ich bin ja in der Videon! Ich weiß! Leute, meine Verdächtigung geht an Ingjald und Cyrex raus. Mach doch gar nichts! Ach, sie ist sowieso auf mich? Was hab ich bis jetzt gemacht? Du hast geschossen und angeblich nicht getroffen. Na Wooka rennt Ingjald hinterher. Ich wollte die Wapfe wechseln, aber... Ja, warum denn das? Die Wapfe wechseln? Was ist denn eine Wapfe? Wapfe! Ich konnte nur nicht fertigreden, Le울! Ich hab confer Miagle! Darby Giauuu! Ich hab ne Fragen was? Ganz ehrlich ich glaub nicht, dass Ingjald das ist. Der hat übelst komisch ein Date angeguckt von hinten. Sobald er gleich los schießen würde. Duffy Giaus, you Duffy, psycho, go! Ohhh, Winter! Core aprender und hoi8 rereaves Kyrex, wo bist du? Komm her, das klären wir jetzt, das klären wir jetzt, komm her. Halt dich fern, later erschießen. Ja komm, das will ich gern, das will ich gern. Netter Versuch, Ingehalt, netter Versuch. Was denn? Ich fliege dann zum hochschleichen, ne? Ey, irgendjemand snipert hier. Leute, ich sag's euch immer. Ich kann doch hier keinen Krach machen, wenn ich die Treppe hochgehe, oder? Ich hab auf keinen Nestle. Nein, Krach kannst du nicht machen, gesehen hab ich dich trotzdem. Reepa, ich hab ne Shotgun. Bleib ruhig. Na wo kann, lass mich hin, hau ab. Ich hab ne Diege, jetzt kannst du rum und hin und her zappeln. So. Ab jetzt ist Overtime. Jaaa. Was? Nee, ohne Prost, nee. Ja. Und? Ja, klar. Ich wusste es noch. Ich auch. Tschüss. 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 Ciao.